Wir fahren jetzt auf den Tourmalé hoch. Hier ist das Tal hier, so schön alles. Viel Landwirtschaft halt hier. Hier ist die Eilbahn. Das ist eine Eilbahn. Hier ist die Eilbahn. Hier ist die Eilbahn. Hier ist die Eilbahn. Hier ist die Eilbahn. Hier sind auch wieder eine ganze Menge. Ja. Auch du deine. Herrlich. Hier oben. Das ist der Pink Timothy hier. Mit Nebel. Aber so haben wir es schon mal erlebt. Hier oben ist der schönste Sonnenschein. Und er ist gleich wieder verschwunden. Nebel. Nebel. Nöppel, 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 Schmacken, Rauch, das ist dieser Ort, Gottsworten, Gipfel. Das ist unterhalb vom Pass. So Marie, das ist der Ramon-Ski, da ist die Rambazamba, süßer. Hier ist ein ganz schön reißender Bach, der kommt da runter. Ja, ja, aber die Hotels da, aber das ist alles für den Winter gedacht. Und da geht die Bahn zum Pic de Medi hoch, da, 32 Euro auf dem Pic de Medi da. Hier ist die Skischule Francais von La Monchie. Nebelschwaden, die gehen rauf, runter, alle fünf Minuten Felder. Das ist der Rondonier, also Wanderwege. Das ist hier die La Monchie, der Pic de Medi hoch. Und da sind also jede Menge. Das war alles 2.700, 2.100, 2.000 und der Colte zum Allee ist 2.115. Aber die, glaube ich, sind auch schon ausgestorben. Die Spanien hier. Pervenie. Auch Pervenie. Da ist die 1.900er. So, schon wieder auf dem Tom Allee. 2.115 Meter. Dem haben sie jetzt eine Tüchle umgehängt. Und das ist hier genau der höchste Punkt. Aber unten ist Nebel. Und hier ist fast freie Sicht. Da ist der Colte Aspin. Und Colte Tom Allee. Und Colte Arp. 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 Das kriegen wir an der Gabe scharf im Nebel. Bisschen der Nebel aufgegangen. Die Nebelstraßen sind immer verschieden. Da kommt der Buckel raus. Ist auch wieder hell. Das ist der Abgang und das ist der Pik der Mitte im Nebel. Da oben ist wieder blauer Himmel. Man sieht hier ist relativ viel los. Das ist die Krise.